Herzlich Willkommen bei S21-BAU-TV. Wir sind noch nicht an Baufeld 24, sondern hier kurz vor dem Katzenstift noch mal stehen geblieben. Wir blicken zurück auf die Arbeiten direkt unter dem Leitnersteg und schwenken in die andere Richtung, denn der Hof vom Katzenstift ist gerade eine riesige Baustelle, also Zugang, Düker, muss hier noch einiges getan werden, wie man sieht. Ich nehme an, links im Bild, das Bauwerk ist für alle Düker. Hier rechts wurden Spundwände gesetzt, Berliner Verbau mit Ankern. Und weiter links wird gerade an weiteren Ankern gearbeitet. Achtung. 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 Was ist das? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!